Da sind wir wieder! Und ich bin wieder Jenna! Shield zuerst! Shield? Shield. Wo bist du? Du bist denn da unten? Wollen wir mal Polen hier blohen und so? Achja, da war ja was. Was hat denn die für Runen? Tanky Runen? Ja, da müssen ja Tanky Runen sein. Ja, und AD ein bisschen. Naja, das sind AD Masteries. Na, hier fängt sie an. So fängt es also an. Kennst du den Spruch? Ist aus Diablo 2 geklaut. Was? Ist aus Diablo 2 geklaut. So fängt es also an, wenn man den ersten Schritt ins Blutmoor setzt. Das erste Gebiet. Ich hab nur eins gespürt. Oh, eins hab ich nie gespürt. Müsste ich aber auch nochmal machen. Das ist cool. Gibt's das auf PC? Gibt's das auf PC? Ich dachte, das gab's auch mal irgendwie auf einer anderen Konsole. Na, da solltest du auch den schlechter geben, den es in Diablo 3 gibt. Ich hab' vergessen hochzukommen. Really? Ja. Also so halt weg. Oh, fuck. Ich glaub' der Seen kriegt die... der kriegt die Minions. Oh, doch nicht. Loil. Nice. Wollen wir helfen sowas, ne? Genau. Schild ist schon was Feines, was Yves? Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Nicht, dass wir die... ...dass wir ihn dann auch so sehen kriegen. Oh, ne. Was haben die? Die haben... Shen und Eswin. Oder Eswin. Na, dann farmen mal. Ah, der schimmert hier ein bisschen. Oh, ich hab halt nur ein Wort dabei. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den reinsetzen werde, aber bis jetzt ist SS. Na, Shen ist auch eben erst zurückgekommen. Ach, naja, stimmt. Der ist ja reconnected. Ja, ich hasse es, wenn zwei Minions schlechter liegen gegriffen werden. Ja, deswegen hast du ja... Ne, der rechtere. Greif ich den rechten Eingangs an? Nice. Naja, hättest du halt deinen... ...deine Kuh nicht mal gebraucht. No, wahrscheinlich nicht. Der obere ist zuerst fertig. Holy shit. Ja, du bist hier in einer ziemlichen Zwick-Mädelan, aber das kann man mit guten... ...mit vielen AD-Carries machen. Der untere rechte Minion, genau. Nice. Alle sind noch SS. Äh, nice. Äh, last hitter? Naja, nice hab ich gesagt. Na, er fällt. Ähm, da fehlt aber der Ezreal. No, der ist nicht klar. Vielleicht... Was haben die für einen Namen? Ne, sind nicht keine Primates. Also vom Namen her jedenfalls nicht. Hier oben ist einer. Ja, gut, dann hast du den nicht bekommen. Na, okay, ich sag nicht. Ist schon nicht leicht. Nein, nicht zu. Gebe ich zu. Pushen wir, oder? Chill-Laxen wir. Ich geh mal kurz vor. Holy shit. Ne. Das ist doch Sk lumple messierig. ne, hey. Okay, hier oben. Genau. And that'n. Mann-Chen f*** dich doch Mann-Chen? Mann-Chen f*** dich doch Hier ist ein Checko Good Job Attack, 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 attack Go ahead Go, go, go Nein Ich hab den Link nicht bekommen Doch, dein Rap-Buff F***, der hätte nicht sein müssen Da kommt ne Cutter, da kommt ne Cutter Ja, das kommt bis Hast du den eh? Nice Rennen, 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 rennen F*** dich Boah, du bist so geil Hast du aber jetzt auch schon geatmet, wa? Was? Hättest du aber auch schon Herzschrecken bekommen? Nein Ja gut, du hast aber 150 live gehabt Und ich hätte meinen eh nicht aufs Markkast, das hab ich gerade ausbremst Ja gut, das ist natürlich jetzt echt scheiße für den Netzer, lass den mal ein bisschen weniger anpacken Damit er sich irgendwo hochfahren kann Ja, sowas macht man, wenn man nett ist Oh, Darm-Darm-Bot Du bist so ne Sau ey, immer nur an Därme denken oder so Jetzt Darm-Darm-Bot Fang an zu Darm Dann push ich mal runter Ja, du solltest halt nicht sagen, du sollst halt in Ruhe machen Dass er farm soll Hier, go, go, go Den Chanko-Mods nehmen Kannst du noch ein bisschen weiter slowen? An enemy has been slain Give me that Scheiße Ah, schade Der Auto-Attack wollte nicht mehr Ja Egoi Ah, hier aus dem bisschen Minion Das Damn, denkst du Da ist ein Checko Hier oben ist ein Checko gewesen Also nicht hier, sondern bei unserem Blue Ja, lass den Okay Warte, finden wir Minion nochmal? Naja, lass lieber, lass lieber Ich weiß nicht, was du da oben machst Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich schon wieder über alle Berge sein Dann lieber farm in Ruhe Aber wo ist der jetzt? Schade, dass er nicht mitspielt Naja, was soll's Im Winter freuen wir uns voll Ah, juck Nö Nö, es ist ja Wenn ich schon mal normal spiele, dann möchte ich ja wirklich ehrenhafte Holy shit Ja, der war mies Ähm, Mitte sind zwei Nein, ich glaube Oh, nice Das, ja Na Na, schön Ja, schön Du hast kein Red mehr, schade Lass mal Tower machen Dann lass mal das schnell zu Ende bringen Nicht, dass wir dann hier noch Time wasten Diese Animation ist wohl ekel Ja, voll gut, ne Gewastete Time, homo Fick dich Ah, knapp Ah, die Eve braucht Hilfe Ah, okay Brauchst du nicht Quatsch Tower Wobei Schmütz Komm Schmütz Das, da kommt irgendwo der Schekko Das, gut Job Zurück, zurück, zurück Du auch Schmütz 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 Ich bin leider keine Soraka Ich weiß Ich weiß Naja Naja Und knapp Das heißt, die Eve einfach mal hat im Blue gekrallt Schakos und ein Bott Ich geh kurz straight poren Wollen wir zahlen? Beide? Schoko kommt hier gleich locker hoch Da kommt doch schon Ah ok Ey LOL Ist irgendwo oben lag Die kriegen wir jetzt Tschüss Good job Der denkt das irgendwas ist Scheiße den Checker haben wir nicht bekommen Hier hinten ist noch ganz viel Farm ne? Ah du verlierst noch keine Minions Noch keine, immer noch keine Immer noch keine, immer noch keine Give me that farm Hier hinten ist noch der Große und den Kleinen nehmen Na gut der Kleine ist wirklich Na ja hast es gut bekommen Oh was 55 gegen 12 Na ja Bisschen unfair Ich glaube den hat ein Minion bekommen Hast du den nicht bekommen? Nein Minion ist stronger than me Ich glaube den hat ein Minion bekommen Red für dich Hm 10 Da war ein 10 Da ist eine Checkung Mensch kommt das denn alles her Holy shit Ich hab einen Ignite auf mir gehabt Ich hab einen Ignite auf mir gehabt Na gut die hat wenigstens auch noch ihr Flash gewastet Der Scha- Oh das ist, das ist die Elo Ne das ist, das ist die Elo Ja ich weiß 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 Das ist der El- Das ist der El- Das ist der El- Go go Eve fighte doch du hast ne Ulti auf dir Hilfe Gut der Dings stirbt der Schocko Ah ist ok Ernsthaft jetzt War klar dass sie den Kill bekommt Wow 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 Ich geh kurz Botform Und dann wahrscheinlich nochmal Backman Dings kaufen Mir die Boots Und Scheiße ich spawn zu Spät Sonst hätte ich mit dem Shen noch Grabschen können Ich glaube der Seen stirbt oder? Ja was? Na Der Seen stirbt Dachte ich Weil er sich kurz vor deren Bash gerecalled hat Ist natürlich echt dämlich Schade Leid er da stehen? Wenn ja ist er tot Verfolgst du die Ulti Verfolgst du die Ulti Verfolgst du die Ulti? Hm Schade Shen ist hier unten bei mir Die Uhr sieht richtig cool aus Von Sillion Komm hoch zu mir On my way Nööö, langweilig erschein Naja, der kämpft nicht Oh, da ist ein Cutter Wo, wo, wo? Hier hinten Ich mag's nicht Vorsicht, wegen der Cutter Ich hab sie getroffen LOL Die ist ja fast tot Go, 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 hinterher Oh, nee, ich will ihn nicht kennen Hier Good job, drag, drag, drag Leute, der hatte die Bombe drauf Oh Ich war denk' ich, dass jemand anlass, äh, pult Ich hab keinen Life mehr und, na gut Einfach, wie sie kommt, bis wir einschalten Oh, okay Ähm Der Sillion hatte die Bombe auf dem Ähm, auf dem Minion Und ich hab den mit meinem Coo Gehintet Und, äh, ich hab den Killer Und, äh, ich hab den Killer irgendwie bekommen Mh Mh Und, äh, wir kaufen uns den Schick Ist ein bisschen Life mehr nicht schlecht Und eine Cloth-Armor Ich hab die Bombe auf dem Ich hab die Bombe auf dem Und, äh, den Kills Ja, irgendwie Nicht alle Da unten Ich glaube schon, ne? Lass mal Red machen. Ja. Und dann noch's Mitte gehen wegen ich schon. Nee, Red. Dann halt Red. 3 gegen 5, glaub ich schon. Lass ich da. Ja, dann nicht, 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 nicht. Doch, ich will den wieder haben. Wir sind eher am Dominier. Jetzt Mitte aber. Oh nein, jetzt geht ich fort. Na gut, dann gehe ich mit alleine, Pawn. Jetzt ne Cutter. Ja. Das war so ein Trainingsspiel, du Mü. Na, gibt's aber auch. Okay, stopp. Okay. Ach so, das hat der Seelen geschrien mit dem. Ich dachte jetzt, die redet irgendwie über sich selber. Ach, ist ja langweilig, ey. Schon wieder keiner. Oh, und das Boot gepuscht. Ich glaube, ich hab mich nicht eingetroffen, obwohl ich voll daneben gezielt hab. Ja, so ist das. Alter, wie schnell Eve ist. Alter, wie schnell Eve ist. Ja, das war schon ein bisschen besser. Man konnte halt ein bisschen mehr Stealth rauf gehen und die Kahl, die Killsteen. Ich hatte schon nicht schlecht. Ich hatte schon nicht schlecht. Ja. Ach, ist da lange noch nichts vorbei. 3 gegen 5. Immer optimistisch bleiben. Tower. Jace und Chen sind da. Naja, die werden erst was killen, aber lass mal ihn nicht machen. Ne. Ah, der arme Siljen. Nein Siljen. Oh, die sind schon fertig. Du glaubst ja wohl nicht, dass du jetzt davon kommst, du kleiner Spasti. Und da. Er ist davon gekommen. Er ist davon gekommen. Oh fuck. Ich bin so tot. Renn weg. Ich renne den weg. Oh. Wie soll du da rennen? LIME! Holy shit. Ja, der Cutter hat den Kill bekommen. Ich hatte noch ein einziges live. Ich hab's unten gesehen. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Nein, die chaste ich nicht. Die chaste ich nicht. Ah, der ist schon wieder weggelackt. Ich hab sie getroffen. Ja, sie war da noch. Holy shit. Da ist sie. Hallo, kannst du mich mal... Ah, sie kauft sich ein Dorans Schild. Tja. Und sie kauft sich ein Hextechter-Wolver. Und sie kauft sich ein... Guck dir unsere Dings an. Das ist genauso gut. Unsere? Äh, unsere Eve. Mit'n Trinity ist okay. Naja. Also, Trinity ist richtig, richtig mächtig auf ihr. Oh fuck, der Seh'n ist tot. Oder auch nicht. Warum feiert er denn nicht, wenn er ne Ulti hat, Mann? Was ist denn? Maler Dummes. Nix, Alter. Du kommst nicht rüber. Mann, ich wollte den Kerl. Naja. So, jetzt pusht er mal Bot dann mit. Na, du hast ihn ein paar wenige Minions. Hm. Oh boy. Na. Boah, der hat mir jeden Fall. Naja. War ein paar wenige oder sonst. Das ist okay. Boah, ne, Aegis ist schon ein feines Ding, ey. Ich versteh aber auch nicht, warum die uns nicht einfach fertig pushen lassen. Weiß nicht. Ich beende nie einen Gehimmel, um die Feinde zu unterschätzen. Das ist ein Fehler. Wow. Wow. Genau das meinte ich. Feinde zu unterschätzen, kann das ganze Spiel verlieren. Was? Ne, ich unterschätze sie ja nicht. Ich wollte halt einfach nur fertig pushen. Ach, Menno, ich wollte noch ein Assist. Blödes Arschloch. Was? Was? Oh, das ist ein Gehimmel. Ah. Victory! Geh! Nein, das war ein Gehimmel. Nein, das war ein Gehimmel.